In der Nachtos acceptiert die Ausbau von 801 Wien. aber das ist ein sehr hoch, das ist das Schwerpunkt des Monats, also im Fernseher Abgrund gebrochen. Und dann wird es so, wie ich es immer besser. Und dann wird es so, wie ich es immer wieder anschaue. Ich weiß, dass es so, wie ich mich nicht so oft haben. Untertitelung des ZDF, 2020